So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Ihr werdet es schon gesehen haben vor einiger Zeit, ich habe diese Übersicht in den Community-Tab gepostet. Das heißt jetzt nur noch Beiträge und nicht mehr Community-Tab, ist der Beitragstab. Das sind die Inhalte im September. Jetzt war in letzter Zeit so viel los, ich habe gedacht, eigentlich will ich das direkt raushauen, das Video, aber... Ich nehme es am Donnerstag jetzt auch für Sonntag, weil Sonntag müsste der 1. September sein. Und ab dritten ist ja eh erst der erste Raid-Boss-Wechsel. Also kommt das Video noch, bevor überhaupt was hiervon stattfindet. Es kommt aber nach dem C-Day und nach dem ganzen anderen Kabuff, der da gerade im Raum steht, dann ist das nicht so verworren. Wir wollen nämlich jetzt mal gucken, was passiert denn im September. Und ich muss euch sagen, auf den ersten Blick sieht der September richtig stark aus. So stark, der hat wie der Terminator so ungefähr. Also nicht der Flüssigmetall, sondern der andere, weil der hat ja am Ende gewonnen. Also müsste der auch stärker sein als der, der dann so... Kennt ihr Terminator? Terminator? Nicht mit Predator verwechseln. Denn was haben wir hier drauf? Featured-Pokémon steht erstmal oben da. Döner-Max, Bisasam, Döner-Max, Schigi, Döner-Max, Glumanda, Sack-Jan. Und da ist ein Shiny-Symbol dran. Und das ist nicht normal. Das ist so mit einem lilanen Hintergrund als Kreis. Das zeichnet immer an, wenn etwas neu als Shiny verfügbar ist. Und das wundert mich, denn Sack-Jan und Sama-Senta, die sind ja beide noch nicht als Shiny verfügbar gewesen. Mit Begründung auch immer in den Hauptspielen in der Galar-Region und so weiter, sind die ja auch nicht Shiny auffindbar gewesen. Die wurden noch gar nicht Shiny überhaupt released. Die gibt's gar nicht nix. Hat sich da mittlerweile was getan? Gab's da mal ein DLC? Gab's da sonst was? Es wundert mich nämlich, dass in den Hauptspielen, die noch nicht Shiny eingeführt wurden, aber in Pokémon Go, jetzt Sack-Jan als Shiny kommen. Dann denkst du ja, im Oktober folgt dann vielleicht Sama-Senta. Das wäre auf jeden Fall cool, denn das ist neu für alle. Manche sagen, der Pokédex-Eintrag ist neu, aber das Shiny ist neu für alle. Das konnte noch niemand vorher haben. So, aber wir gehen mal hier rüber. Da steht nämlich hier Döner-Max-Kämpfe oder wie ihr sagt, Dynamax. Dynamax, Bisa-Sam, Glumanda, Shiggy, Raffel, Wolli. Die sind ja alle geknüpft an ein Event, welches am 10. September startet. Diese Raid-Kämpfe sind also vom 10. September bis 1. Oktober verfügbar. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, weiß ich noch nicht ganz. Wir haben ein kleines Video gehabt, wo auch dort stand, dass ihr eure Pokémon nur maximieren könnt in Dynamax kämpfen. Also ihr könnt nicht gegen Sack-Jan mit einem Dynamax-Bisa-Sam kämpfen. So wie ich das verstehe, könntet ihr nur mit Dynamax-Shiggy gegen zum Beispiel Dynamax-Glumanda kämpfen. Aber kann ich nicht auch mit normalen Pokémon gegen das Dynamax-Glumanda kämpfen? Oder besiege ich es da nicht, schaffe ich es da nicht, ist es so brutal? Das werden wir herausfinden. Raids der Stufe 5, das ist übersichtlich. Manchmal stehen da 5 Dinger, hier stehen nur 3 und alle 3 sind fett. Alle 3 sind fett. Vom 3. September bis 14. September kommt Kyogre in die Raids. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar XL-Bonbons, um meins auf 50 zu pushen. Das ist ein Ziel, was ich habe. Das, wo ich die Protomorphose ausgeführt habe, bei Groudon das gleiche. Der kommt dann vom 14. September bis 26. September. Brauche ich auch noch ein paar XL-Bonbons. Jetzt muss ich nicht mehr diese Sonder-XL-Candies umwandeln in Kyogre und Groudon, sondern kann die vielleicht aus einem Raid ziehen. Das ist auch ein guter Zeitraum. Das sind ja fast 2 Wochen, wo die da sind. Beide mega stark, mega nützlich, mega genial, mega cool. Beide haben eine Protomorphose, wäre nochmal fett und groß. Also das lädt doch zum Raiden ein. Da werden sicherlich auch Raids für Zuschauer stattfinden. Aber da kann man ja wieder nur 5 Kämpfe machen und sonst nichts. Das ist halt bescheuert. Und vom 26. bis 4. Oktober kommt dann Sackjahn, der lange nicht da war und jetzt Shiny eingeführt wird. Und da haben bestimmt viele Leute Bock, auch mal wieder ein paar Raids zu machen. Das finde ich cool. Also Raid-Bosse diesmal mega stark. Mega Raids, wenn wir jetzt hier runter gehen. In der Zeit, wo Kyogre da ist, ist auch Mega Absol da. 3. bis 14. September. Finde ich jetzt nicht so nützlich. Finde ich andere Unlicht-Megas auf jeden Fall nützlicher. Ich glaube sogar Mega Hundemon finde ich besser als Mega Absol. Mega Despotar finde ich besser als Mega Absol. Aber wer noch Mega Energie braucht, macht das halt. Entwickelt wenigstens für den Mega Decks. Während Groudon da ist, ist auch Mega Hundemon da. 14. bis 26. September. Unlicht, Feuer. Okay, wieso nicht? Ist cool. Habe ich das schon entwickelt? Ich weiß es gar nicht. Muss ich da noch was machen? Ich habe gerade keinen Überblick über den Account. Aber ist an sich auch ein cooles Pokémon. Cooles Design. Mega Entwicklung. Mega Hundemon war glaube ich auch schon länger nicht mehr da. Also super, super. Ist auf jeden Fall nochmal eine Steigerung zu Mega Absol. Während Sakyan da ist, 26. September bis 4. Oktober kommt Mega Gardevoir. Und das ist wohl der fetteste, nützlichste und stärkste von den drei Mega Raids auch, der gleichzeitig zu Sakyan da. Wer im ersten Sakyan Raid einen Shiny kriegt und sagt, jetzt ist das wieder uninteressant, der kann ja die restlichen, im restlichen Zeitraum Mega Gardevoir machen. Für Mega Energie. Das ist immer wieder mega zu entwickeln. Für nochmal ein gutes Exemplar. Für eine ganze Gardevoir Armee. Man kann nicht genug Gardevoir haben. Fee, Psycho, alles dabei. Finde ich auf jeden Fall wieder mega genial. Krypto Raids an den Wochenenden im September mit Krypto Raikou. Haben wir glaube ich schon ausführlich mal Video gemacht. Muss ich mir keinen Stress machen. Brauche kein Krypto Raikou Raid mehr machen. Weil das ist zu kompliziert. Da kannst du nicht einladen, da musst du vor Ort sein. Da müssen alle anderen vor Ort sein. Das ist... Ich mag es gern einladen, zusammenspielen, fertig. Aber das geht ja bei dem nicht. Deswegen muss ich diese Krypto Legendären meistens dann links liegen lassen. Raid Stunden, wie ihr seht, kriegen Kyokre und Groudon jeweils zwei Raid Stunden. Also immer am Mittwoch. 18 bis 19 Uhr ist eine Raid Stunde. Am 4. September mit Kyokre. Am 11. September mit Kyokre. Am 18. mit Groudon. Und am 25. auch mit Groudon. Also ihr könnt richtig intensiv raiden bei diesen Monstern. Rampenlichtstunden. Gucken wir uns die erst noch an. Rampenlichtstunden sind ja immer am Dienstag von 18 bis 19 Uhr. Wo ein Pokémon vermehrt in der Wildnis auftaucht. Die Shiny-Rade ist nicht erhöht. Nicht wie beim Sea Day. Und man kann halt ein paar Bonbons fahren. Trotzdem auf Shiny-Jagd gehen. Oder gutes Exemplar noch mitnehmen. Und dann ist immer noch ein Bonus dabei. Am 3. September haben wir zum Beispiel Wolli. Wolli mögen viele. Ist auch selten da. Ist ja dann neu als Shiny eingeführt. Seit dem ersten Gala-Event. Was jetzt dann im September stattfindet. Video haben wir dazu schon gemacht. Hier gibt es doppelte Entwicklungs-EP. Ja, das ist stressig. Man will fangen. Man will nicht entwickeln. Daher würde ich sagen, versucht noch eine Shiny-Jagd zu machen. Araqua. 10. September. Doppelter Fang-Staub. Staub ist immer gern gesehen. Araqua hat auch noch nicht jeder als Shiny, denke ich mal. Dann macht man damit aber glaube ich nichts. Ist glaube ich ziemlich unnütz. Aber wer das Shiny noch braucht oder das Pokémon trotzdem cool findet, nimmt das mit. Am 17. September. Doppelte Fang-EP mit Wohin genau. Wohin genau ist ziemlich lästig. Ich weiß nur, in Hildburghausen der Shigaria hat keine Hytera oder Charnera in die Arena gesetzt. Der hat immer Wohin genau in die Arena gesetzt. Die erreichen nicht so viele WP. Und dadurch nimmt die Motivation so gut wie gar nicht ab. Und du musst immer exakt drei Runden gegen einen Wohin genau kämpfen. Wenn du ein fettes Hytera reinsetzt mit 2800 WP. Nach gefühlt drei Stunden ist die Motivation ganz unten. Du haust einmal dagegen. Es ist raus. Das war's. Also das hat sich ja sehr geändert. Aber ein Wohin genau mit recht wenig WP. Aber so einer fetten Verteidigung ist einfach ein nerviger Arena-Verteidiger. Shiny natürlich in Rosa. Mögen auch viele dann das weibliche mit dem Lippenstift. Das männliche normal ist also meistens auch ganz cool so. Und am 24. September doppelte Fang-Bonbons mit Macholo. Macholo. Bestes Pokémon in der Rampenlichtstunde für mich. Machomai-Armee muss am Start sein. Egal ob normal oder Krypto oder sonst was. Kampf, Konda, Wuchtschlag. Alles hin und her. Das braucht ihr so oft. Das braucht ihr so viel. Es gab so viele Raid-Bosse. Damals die ganzen Vierer-Raids, die es noch gab, konnte man immer mit einer Machomai-Armee Solo niederlegen. Auch jetzt wird Kampf noch öfters genutzt. Und Machomai ist einfach trotzdem Kanto. Ist eine Kante. Und finde ich persönlich einfach genial. Wenn ich ihn im Gegensatz Arakwa sehe, denke ich, was ist das? Aber Machomai ist einfach der Boss. Die Events im September, die dazwischen kommen. 3. bis 10. September. Go aufs Ganze. Haben wir ein Video zugemacht. 10. bis 15. September. Go-Gantisch. Haben wir ein Video dazu gemacht. 8. September. Ein Raid-Tag. Ich mag Raid-Tage. Das ist das Beste, was man machen kann. Rausgehen. Die Gratis-Pässe verschleudern. Streamen. Leute im Chat mitnehmen. Einladen. Zusammen. Aber der Raid-Boss. Legios. Legios ist doch dieser Tausendfüßer. Diese Raupe. Diese verschiedenen brennenden Helme, die da aneinanderhängen. Damit macht man doch nichts. Der wird als Shiny dann eingeführt. Ja, okay. Das ist schön. Also muss ja. Ist ja beim Raid-Tag immer so. Aber das ist halt auch unnütz. Aber das Gute ist, wenn niemand mitmacht, gehe ich von aus, dass du den vielleicht auch Solo schaffst. Beziehungsweise versuche ich ja wieder mit Pupsi unterwegs zu sein, dass wir dann halt gemütlich unseren Spaziergang machen. Zwei Stunden. So, so, so. Und dann eben die ganzen Pässe verbrauchen, die man an dem Tag kriegt. Raid-Tag mit Legios. Was auch immer. Das schwächelt ein bisschen, aber es ist ein Raid-Tag. Und Raid-Tage machen Spaß. Besser als kein Raid-Tag. Dann 14. September Community Day im September. 14 bis 17 Uhr. 14. September Community Day im September. Das stand ja, glaube ich, schon fest. Das müsste doch Wulpix gewesen sein. Beide Formen. Dann haben wir 18er bis 22. September. Das Psycho-Spektakel. Was auch jedes Jahr da ist. Und eigentlich auch immer Spaß macht. Mit vielen Psycho-Pokémon. Und meistens wird auch immer wieder was Neues noch eingeführt. Was passend zum Thema ist. Da freuen sich die Leute. Psycho-Spektakel oder Halloween-Event. Sind zwei der coolsten Events, die es immer so gibt. 22. September. Forschungstag mit Kommandutan und Quater-Mag. Das ist cool. Kommandutan finde ich cool. Quater-Mag finde ich sogar noch cooler. Und Forschungstag heißt doch dann bestimmt, dass sie auch als Shiny eingeführt werden, oder? Kommandutan gibt es ja schon als Shiny. Aber Quater-Mag gab es noch nicht als Shiny. Am Forschungstag sehe ich mir ein paar Quater-Mag-Gun. Vielleicht ein Hunderter. Das ist ja ein richtiger hier Football-Spieler. Aber der muss eigentlich in die Sammlung rein. Der ist cool. 26. September. Bis 1. Oktober noch ein Event namens legendäre Helden. Was das ist, wissen wir noch nicht. Da wird aber sicherlich noch ein extra Video dazu kommen. Und ansonsten waren das die September-News. Mal mit Senf bestrichen. Zusammengefasst. Was ist gut, was ist nicht so gut. Meiner Meinung nach. Ihr könnt mir eure Meinung, eure Ziele und euren Eindruck jetzt in die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Natürlich muss auch wieder das Kanal-Maskottchen gewählt werden. Wahrscheinlich dann zwischen Kyokre, Groudon, Sakyan und Mega-Gadevar oder so. Aber da gibt es eine Umfrage in den Beiträgen. Guckt mal rein. Stimmt ab. Weil jetzt haben wir noch Lavados da, weil der im August ein Kanal-Maskottchen geworden ist. Mal gucken, was es dann im September wird. Ciao.